silence 90 silence alter freund der folgt dem stream seit schaut genau zu 9 juni 2014 es war einer der ersten das war einer der ersten überhaupt die hier zugeschaut haben also wenn es auch einer verdient hat das langjähriger stamm zuschauer also gez seid nicht so nicht schade ist passiert hey jungs mädels ich habe acht mal für euch sims geholt und ich hab's euch verlost und wir haben viele leute glücklich gemacht viele sagen jetzt traurig aber ich verlos immer wieder blödsinn für euch jolo wunderbar genau noch mal dort ist ein bot noch mal alles ein bot der bot folgt seit dem 9 juni und zwar wer wo ist denn hier ich schreibe dir mal direkt eine mail die mail hört sie auch immer hier silence 90 genau seid fair seid fair und einfach glückwunsch dass es das ist seit sportlich marving 92 ok jetzt wie es not w 92 thanks for the follow appreciate the body enjoy the show have fun greetings from munich germany where ever you are in this whole white world hey merci für dein follow habt spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen wo auch immer du dich da draußen befindest auf unserem komischen globus also lasst mich mal schnell die mail an euren lieblings silence hier schreiben im stream und zwar haben wir heute Montag den 8.06.2014 um 23 Uhr 20 so können wir ja hier nun tun wir den ganz schmarrn erstmal da weg tun wir den ganz schmarrn erstmal da weg hier zack zack wir haben wir kopiert jetzt sollte es sind die user mäßig jetzt schon mehr mäßig und zwar hohe ich bis zu ich kann da kein nachtischer Mensch muss die Kilo behalten die in der im m m 8 8 hallo sah hallo grüßt die herzlichen Glückwunsch du hast den Schlüssel zählen nun mal 8 für selbst zu uns vor LB Limit Edition die Vorhinein viel Spaß beim Spielen ich habe ihn vergessen wünsche ich dir mein Freund bla 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 drei Punkte er ist MFG Gags mit Herzen so fertig so silence 90 mail ist raus hier genau bla 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 das schreibe ich echt hin was ich hier sage das schreibe ich auch wortwörtlich keine Geheimnisse nur den Key habe ich euch nicht vorgelesen der Key ist nämlich 1 2 3 4 6 9 6 9 6 9 und 6 9 Gags bleibt schon wieder in der private Message ich schreibe immer das fast immer das gleiche Leute ich schreibe fast immer das gleiche Leute das willst du nicht wissen Marst das hast du gefragt Gags wie viel hast du für ein Sims bezahlt Euro ohne habe ich bezahlt zwischen 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 32 und 42 kommt dann kommt immer darauf an wie der Kursgott lag bei Sims danke Gags aktiviert sehr gerne Gags bleibt immer in dieser private Message ja sicher hast du hast mir gerade die Mail vorgelesen schau dann musst du sie nicht lesen das ist doch praktisch oder nicht hier das ist doch praktisch oder nicht also machen wir weiter genug Blödsinn gemacht hier ich muss Partys Veranstaltungen aber deswegen muss ich erstmal erstmal nicht essen hier hier gibt sowas zum essen was macht denn der das ist der verrückte Gärtner der verfolgt hey da ist der Lea hey meine Kleine ich esse auch mal so ein Hotdog hier ne Veggie Burger zusammen ein Gericht nehmen schau mal ist doch Lea gert sie seht ihr wieso wieso ich klicke sie an sie läuft weg alte du bist doch meine Herzensdame Nummer 2 wie kannst du ach so die muss mal jetzt verstehe ich okay alles klar okay der Anfang war 1 2 3 6 9 6 9 habe ich mir gemerkt du sollst dich äh naja ein paar Schmerzen ist okay ja Jack Mensch Riko 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 vielen Dank für Keile Kappa ist immer lieb von ihnen ist immer lieb von ihnen bei dir ist alles klar habe ich gelesen das freut mich das freut mich komm gleich wieder alles klar so und die ganzen Mails hier schließen passt ja wieso hockt sich jetzt ein anderer Typ hier neben mich der Lucas Breuer den habe ich ja doof angemacht jetzt werden wir hier am Park essen es ist halt kostenlos können wir auch duschen können wir auch irgendwo duschen hier ne oder ich habe doch nur im anderen Park die Duschen gepimpt macht ja nichts ein bisschen Spaß muss sein dann ist die Welt vor Sonnenschein wir singen Tag aus und Tag ein ein bisschen Spaß muss sein zockt nebenher lol schreib also nichts alles klar Capri XD kein Problem viel Spaß und viel Glück so also Hauptaufgabe fünf Partys veranstalten und bei drei Gesellschaft der Ereignisse entspricht es eine Party Silber verdienen gehen wir dann nochmal nach Hause gehen wir mal nach Hause was steht hier klick dir auf das Telefon meine Party Ereignisse Schauen wir mal Party Ereignisse zu planen Telefon habe ich noch nie gemacht irgendwie klick auf das Telefon um ein Party Ereignisse zu planen wenn das Ereignisse begonnen hat erscheinen Ziele die du erfüllen kannst ok Verabredung bitten Einladung Herbzeit hängen Reisen Mitreisen Telefon Streich spielen Gesellschaftlich ist sein eigenes Plan ok probieren wir mal dann wird der Gags vor Sonnenschein muss der Roberto Blanke sein gegenüber seiner Tochter K.A. weiß nicht kenn nur das Lied genau kenn ich auch mehr kenn ich auch nicht von ihm das einzige was er ist doch egal mach doch nichts OneHitWonder ist doch kein Problem du also erstmal eine Partyplan und da muss ich mindestens Silber kriegen ähm Hausparty Gala Abendessen Hochzeit wow Geburtstagsparty ja fangen wir erst aber sollen wir mit allen unseren sollen wir alle unsere Eroberungen in einen Raum bringen wow wow das ist ja fies das ist ja bestimmt nicht ganz so toll für uns oder was sagt ihr aber mal testen also Hausparty fangen wir mit Hausparty an mach mal weiter mhm klicken um ein Sim einzuladen können wir auch mhm Gastgeber Gast Entertainer Gastgeberin eine erforderlich achso ich bin noch Gastgeberin oder nicht Klauschi Gags logisch wer denn sonst zwei Gäst Gast erforderlich zwei also zwei Gast zwei Gäste sind erforderlich genau Gäste wie nehmen wir denn mit hier wow sollen wir die ganzen sollen die sich alle gegenseitig kennenlernen ist ja fies hier mach mir Hochzeit so weit sind wir noch nicht so weit sind wir noch nicht hier wir werden auch eine große schöne Gags Hochzeit hier vor einem Spiel oh Bella nehmen wir mit kann man mehrere markieren Bella Lea Bella und Lea probieren wir es erstmal mit zwei Entertainer diese Rolle besetzen ne ne ich möchte mal testen wie so eine wie so eine Party funktioniert Mixerin hier Anne von mir aus nehmen wir die mal Katering Uschi was ist das ich kenne niemand oder egal passt drei Damen wähle einen Ort Gags Residenz machen wir schon erstmal zu Hause ich möchte mir das mal anschauen mit der Part ich habe es noch nie gemacht Gags eine Frage passt nicht zum Stream aber bei WoW kann ich keine Pads fangen obwohl ich den Skill da trainiert habe du ich habe mich in WoW noch nie mit Pads beschäftigt das ist für mich das äh unnötigste überhaupt in dem Spiel keine Ahnung musst du jemanden anders im Stream fragen Stream zocken ja einige hier Kekstoße kannst du bestimmt beantworten ich habe mich noch nie mit irgendwelchen Pads oder Pad Battlen beschäftigt wow wer ist denn das krass was haben wir denn Leute das ist unser Party Outfit das wir noch nie angezogen haben vier Tage Sims und jetzt sehen wir die Uschi mal so richtig wie sie eigentlich doch nicht ganz hübsch schau mal an wie knuffig hier ach das war das Pouty voll nervös der Gags das Party Outfit welches ich geplant habe na alle mehr Party Outfit wow was ist das krass hier nice Lea und Bella da bin ich ja jetzt die schönste im Lande wow naja Robin kein Stress und einfach hier abhängst und chillst dann ähm kriegst du genug Punkte es gibt ja jetzt nicht jeden Tag tausend Giveaways es gibt doch mal paar Tage nix und dann kannst du deine Punkte einfach sparen so Hauptziele eine Stunde Musikinstrumente spielen Witze erzählen zwei und Sims gleichzeitig Musik hören lassen ha Gags sie ist seinem Charakter verliebt ja nein bin ich nicht bin ich in meinen Charakter verliebt nein nein ja sie trägt ja schon meinen Nachnamen das heißt wer mich heiratet heißt mit Nachnamen natürlich Gags ha ha ich schätze mal die Pads die man fängt in der freien Wildnis da braucht er bestimmt ein bestimmtes Level oder Skill aber du erklärst ihm du mal äh ich hab mich damit nicht beschäftigt das finde ich äh unsinnig Gags ist schön vielen herzlichen Dank das wusste ich höre ich öfters nicht nur das jetzt werden wir erstmal unsere Kühe bewässern und dann wenn wir die Party beginnen dann werden wir Musik machen einschalten na nicht klassisch bist du verrückt Sender wechseln und zwar machen wir Pop und wir werden dann tanzen ich hoffe die anderen tanzen auch mit erstmal erstmal hier bisschen bewässern genau schwipp schwapp so wunderbar ja erstmal ein bisschen Wasser fließen lassen ach die stinkt oder was oh jetzt muss ich duschen gehen gut dass ich vorwärts dann gehen wir halt mal na egal tanzen wir erstmal ein bisschen oder hat sie hier tanzen auf geht's können wir die alle anderen zum tanzen auch Sims gleichzeitig Musik hören lassen ach so nur Musik hören müssen gar nicht tanzen aber in dem Raum wir haben ja gar keine Musik in dem Raum Moment das ändert sich gleich das wir werden einfach die Musik in den Raum bringen wo haben wir denn noch Platz in dem Raum hier hier neben dem Bett beim Stuhl am PC ich weiß nicht genau Platz in dem Raum hier Moment das dahin das erstmal da raus und dann die Musik hier hin Wunderbar Boxsack ist halt nicht so wichtig den kriegen wir schon noch irgendwo hin naja ich spiele halt die Testversion ich wollte halt halt mir so so ein neues fangen eine Schildkröte aber das scheint und die Pfote aber es geht nicht zuerst mal den Schweiß an alle verteilen yeah das ist lecker das ist lecker sofort hier ja dann hat jeder was davon gut gehen wir wieder auf live und ja gehen wir mal schnell duschen ich weiß ja gar nicht hab noch nie eine Party gefeiert in Sims da 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 reicht auch reicht auch also Sims gleichzeitig Musik hören lassen hören die jetzt die Musik oder wie ist das eine Stunde Musikinstrumente spielen Witze erzählen was die alles will im Moment wie tun wir tun wir mal hier Musikinstrumente was die alles will hier tun wir mal hier die diese komische Geige die wir geangelt haben mal irgendwo hier hin Klatsch ich mag Schildkröten ja bäh schon lecker gell schon super lecker hier so muss das sein hier alles mit Schweißereiben ich mein der Schweiß kommt sowieso ob wir dann dabei sind beim Action oder davor danach ist ja egal Schweiß gehört immer dazu wo Action ist ist auch Schweiß so like ramba zamba Moment und Heikex Heitler ex-serlos gestern hallo wie jetzt immer freund ich verstehe diese ganzen kreis noch gar nicht das gebe ein paar Kontakte mit Gästen eine Stunde Musik Instrumente spielen das ist mein Kontakt so müssen wir Kontakt mit den griffen wir waren mit ihnen schon überall korkett vorstellen für kommen danken fürs kommen danke das ist ja